Dr. Ingrid Hobert, ich bin Ganzheitsmediziner und ich möchte euch ganz herzlich einladen zu dem Online-Kongress aus Liebe zur Mutter Erde und ihren Lebewesen. In diesem Kongress geht es darum, um all die Möglichkeiten des Menschseins, der menschlichen Potenziale auszuloten und zu schauen, wie können wir mithilfe der Natur, mit all diesen Geschenken, die wir in uns tragen und um uns herum vorfinden, wie können wir all diese Kräfte nutzen, um unser menschliches Potenzial zu leben und um schöpferisch in einer Form tätig zu werden, sodass wir lange gesund und erfüllt leben können. Und dazu sind viele spannende Referenten eingeladen und ich werde als Arzt meinen Beitrag dazu leisten, als Naturarzt, als Ganzheitsmediziner, denn wir haben so viele wunderbare Schätze in der Natur. Die Menschen haben über die Jahrtausende so viel Wissen zusammengetragen aus allen möglichen Kulturen, Wissen, das sich bewährt hat und das wir heute einbauen können in ein ganzheitsmedizinisches Konzept, ein Ethnopicking, das wir hier betreiben können, um das rauszusuchen aus dem Wissen unseres Planeten, was uns heute helfen kann, wacher, klarer, bewusster durch den Alltag zu gehen und dabei Dinge so zu entscheiden, dass wir nicht nur für uns etwas Gutes tun, sondern auch für den Planeten hier etwas in die Wege leiten, was uns allen dann nutzen kann. Und da geht es um Bäume pflanzen, da geht es um Heilkräfte schöpfen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Natur. Lasst euch einfach überraschen mit dem, was wir hier euch in diesem Online-Kongress zeigen möchten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020